Das ist Harry. Er ist Unternehmer und macht Schokolade. Und das ist Bruno. Auch er ist Unternehmer und lagert Arzneimittel und Kosmetika. Und hier ist noch Franz. Er hat große Büros mit ganz vielen Mitarbeitern. Was haben diese drei gemeinsam? Sie müssen alle im Sommer kühlen und im Winter heizen, da sonst die Ware verdirbt oder den Mitarbeitern viel zu heiß wird. Dazu eignet sich eine Wärmepumpe. Nicht irgendeine, sondern eine von Schwank. Diese ist besonders energiesparend, ist nämlich eine Gaswärmepumpe. Und wenn Harry, Bruno und Franz Energie sparen, dann tun sie ihrem Portemonnaie etwas Gutes. Und der Umwelt auch. Und wie funktioniert die Gaswärmepumpe? Sie nutzt neben Erdgas die Energie, die in der Luft ist. Die kostet Harry, Bruno und Franz nichts, denn sie steht unbegrenzt zur Verfügung. Sie arbeitet genauso wie ein Kühlschrank. Im Sommer, wenn gekühlt werden muss, entzieht sie dem Gebäude die Wärme und führt sie nach außen ab. Im Winter wird der Prozess einfach umgekehrt. Die Wärmepumpe kann also beides. Kühlen und heizen. Je nach Bedarf. Und das zum Spartarif. Clever! Gaswärmepumpen arbeiten im Gegensatz zu Elektrowärmepumpen mit einem eigenen, gasbetriebenen Motor. Das hat viele Vorteile. Erstens, Erdgas ist deutlich günstiger als Strom. Zweitens, die Gaswärmepumpe gilt als regenerative Energie und erfüllt damit ohne Umwege die EnEV. Das freut auch den Planer. Drittens, bei größeren Anlagen können die drei Herren auf teure Trafostationen verzichten, die bei Elektrowärmepumpen nötig wären. Viertens, die Gaswärmepumpe ist wie ein kleines Kraftwerk, die ihre eigene Energie erzeugt. Die Abwärme, die sonst verloren geht, können die drei Herren für sich selbst nutzen. Zum Beispiel, um Wasser warm zu machen. Das ist nicht nur effizient, sondern spart auch Geld. Fazit. Gaswärmepumpen von Schwank machen trotz etwas höheren Investitionen Sinn. Denn sie sparen kräftig bei den Betriebskosten. Und weil der Mehrinvest schnell erwirtschaftet ist, können Harry, Bruno und Franz sich ganz entspannt zurücklehnen. Das Thema Energie haben sie voll im Griff. Schwank, der Experte für Hallenwärme und Kühlung.